Der Stadt Amsterdam hat sich eigentlich ab den 70er Jahren so entwickelt, dass es eine fahrradgerechte Stadt geworden ist. Es hat angefangen mit Protesten gegen Stadterneuerung, gegen die autogerechte Stadt und die Politik hat das verstanden. Mittlerweile gibt es in Amsterdam viele tolle Radfahrwege und immer mehr und mehr, Schritt für Schritt, ist eigentlich eine fahrradgerechte Stadt geworden. Da gibt es tolle Brücken, da gibt es tolle Kreuzungen, wo eigentlich die Fahrradfahrer auch Vorfahrt haben oder es gibt neue Shared Space Projekte, die viele Teilnehmer im Verkehr zusammen bewegen und Amsterdam ist damit auch eine sehr lebenswerte Stadt geworden.